Der Marstahl in Ahrensburg hat sich zum Ziel gesetzt, eine Ausstellung zu zeigen, die Kunst und Kinder zusammenbringt. Jetzt gibt es eine Ausstellung zu sehen, in der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Hier ist unser Kulturtipp. Viele Jahre stand diese ungewöhnliche Orgel unbenutzt im Atelier eines Ahrensburger Künstlers. Jetzt kann sie bespielt und berührt werden. So wie all die anderen Werke von insgesamt 12 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Eine Ausstellung zu mitmachen und Spaß haben. Kunst für die, die keine Berührungsängste haben. Imaginäre Reisen von hier ab ins Abenteuer, zu sehen im Marstahl in Ahrensburg bis 16. Februar.